Die Klasse 3 B Wir sind eine multikulturelle Klasse mit Kindern aus sieben Nationen. Zuerst machen wir immer eine Vorübung ohne Instrumente. Wenn wir die Tonart wissen, dann können wir uns die Akkorde selbst aufbauen. C-Dur, F-Dur, G-Dur. Wenn wir in einer anderen Tonart spielen, müssen wir nur die Töne austauschen und der Aufbau bleibt gleich. So können wir in einer Stunde mehrere Lieder begleiten. Heute spielen wir in C-Dur, also brauchen wir C-Dur für die Tonika, G-Dur für die Dominante und F-Dur für die Subdominante. In der ersten und der zweiten Klasse haben uns die Farben geholfen. Blau ist die Tonika. Rot ist die Dominante. Und Grün ist die Subdominante. Heute reichen uns die Akkorde. Drei, vier. Wir fangen erst mit den Halben an, dann kommen die Viertelnoten dazu. Manchmal spielt auch jemand die Achte. Manchmal üben wir in kleinen Gruppen. Hier kommt die Nachricht des Tages. Die Ökuleen sind da. Ja! 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 Musik Durch das Musizieren sind wir ein echt tolles Team geworden. Musik ist einfach echt klasse.